Willkommen zu Mario Party Superstars und in dieser Runde haben wir uns für die Tropical Island entschieden. Diese Runde wird außerdem sehr intens, denn Unge hintergeht mich auf die schrecklichste Art und Weise, wie man jemanden nur hintergehen kann. Und jetzt viel Spaß bei diesem dramatischen Video. Ja, du kommst heute nicht als Mensch vorbei. Oh, ich wollte auch mal nach Mario Party. Du hast letztens gesagt, dass du heute spielst. Ja, ich weiß, ich habe meine dicke Hose gemacht und muss jetzt gegen mich spielen. Ich dachte ja nicht, dass du das so ernst nimmst, die Scheiße. Alternativ könnten wir auch einen anderen Termin finden, an dem wir vielleicht mal smashen. Alles gut, alles gut. Also ich mache dich heute trotzdem fertig, wenn es sein muss. Hast du runtergeladen? Ich habe es runtergeladen, ja. Ja, gut, okay, okay. Mach ein kleines Smash-Ründchen, kleines Smash-Ründchen. Okay, damit ich weiß, worum ich einlose. Ich finde es auch schön, dass wir immer die gleichen Charaktere nehmen. Ist voll gut für die Thumbnails. Ja. Wirklich. Dankeschön an Rubin für vier Monate. Dankeschön an Klara, an Kurokami. Dankeschön. Okay. Ich glaube noch nie, war noch nie Erste. Mal gucken, ob ich diesmal schaffe. Let's go. Ja. Lena. Ja. 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 Jetzt muss ich euch was sagen, weil ich bei Pummel Party besser finde als bei Mario Party. Bei Pummel Party ist es so, wenn du am Anfang würfelst, dann ist es nur für die erste Runde und danach wird immer die Reihenfolge durchgewechselt. Das ist cool. Jetzt ist aber, ich bin das ganze Spiel jetzt immer der Erste und ne? Ja. 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 Ja Ja, das fand ich geil. Ich mach das jetzt nach, okay? Ja, okay. Schaffst du nicht. Und let's go! Oh. Aber das ist auch ein Ereignisfeld. Nee, doch nicht. Aber du musst nämlich gerade auswählen, du zum Stern los. Ich vertraue dir. Du möchtest nicht zum Stern los. Das war eine schlechte Idee. Nein, oder? Nein, nein, nein. Alles klar. Nein, nein, nein. Du bist in der richtigen Richtung. Bei der Power. Von, ja. Hurra. Hurra. Ich find dieses Ding immer noch so abartig. Oh, A ist wohl. Jetzt, hau ist er zurück? Ja, jetzt hab ich's gleich. Also, aber nicht absichtlich. Also, scheiße. Ich kann das vorspulen. Wenn wir A gedrückt halten, können wir das vorspulen. Ah, nice. Timos hat wieder keine Zeit. Nein. Lol. Keine Sorge. Jesper, wir drehen's wieder. Ja, danke schön. Ich halte doch mein Wort. Geil. Wir können ja rund, äh, man kann ja Runden hinzufügen. Kann man wirklich? Ja, kann man. Echt? Das ist ja auch doof. Da kann der, der Letzte es sagen. Ja. Ah ja, wir füllen noch Runden hinzu. Ja. Das mach ich heute auch. Okay. So. Katz ne Kuf. Du hast noch nie gewonnen, Timos, oder? Nein. Was? Aber alles wird anders dieses Mal. Oh, das haben wir noch nie gespielt. Das haben wir noch nie gespielt. Gerade aus dem Thema. Ja, ja. Hä? Oh nein. Mario Kart. Ja, ohne Üben, oder? Ebi Kart. All over again. Kurz, kurz ein bisschen üben. Ach so, wir müssen einfach nur A drücken, ne? A drücken und lenken. Oh, aber ist aber schwer. Ja, okay. Okay. Alles klar. Na? Super. Okay, alles klar. Möge der Beste gewinnen, okay? Möge die oder der Beste gewinnen. Ja, das mach ich auch. Ich bin ganz außen, das ist scheiße für mich. Warum? Hä? Leck. Oh nein, ist Simon da auf den Tisch zu hauen. Nein, nein, ich hau nicht auf dich. Keine Solle. Oh Gott. Ich glaub schon, ne? Hilf mich, komm nicht auf mein Leben, Klaas. Leck. Leck. Was leckt das denn so? Timoros, was ist schon wieder los mit der Mäse? Na, an mir liegt's nicht. Was ist mit der Häusel, der Tom, los? Boah. An mir liegt's nicht. Ich hab ne 12 Gigabyte Leitung. Oh. Rare. Simon, weg. Geh weg von mir. Ich bin letzter. Oh ja. Oh, schade, Timoros. Kassiv. Ach, zu spät geschnallt. Knappe Sache, ey. Es lag am Leck. Es lag am Leck. Gerne die Vorhersagen wieder starten, meine Mods. Wie du mich überholt hast. Wie du mich überholt hast. Ich wusste nicht, wie viele Runden wir spielen. So hätt ich mich sonst noch ein bisschen beeilt. Ja, okay, okay, okay. Verstehe. Danke, dass du mir diese Runde überlassen hast. Du mein Ehre, Ehre. Das ist doch echt Ehre. Was für eine Leitung hast du, Timoros? 12 Gigabyte. Teig mir meinen Screeter davon. Mach mal ein Foto auf dem Handy. Nein, natürlich habe ich keine 12 Gigabyte. Ich würde gerade schon sagen. Du bist doch eine kleine Lügenmaus. Eine kleine Lügenmaus. Eine Maus, eine kleine Maus. Chat, Mod, ihr müsst jetzt direkt die nächste Abstimmung machen. Immer wichtig, direkt nach dem Spiel die nächste. Sonst wirst du spät. Simon kriegt heute wieder wirklich einen Wutanfall wegen den Arbetten. Wie letzte Woche. Geil. Aha. Hast du einen LAN-Adapter, Timoros? Kann ich irgendwie gerade die Karte nochmal aufmachen? Ich habe keine Lava-Lampe. Was meinst du? LAN-Adapter. Ja, ich habe einen LAN-Adapter. Bin ich noch wei- Oh nein! Ah! Nein, jetzt habe ich doch noch weggemacht. Okay, egal. Oh mein Gott, ich halte meinen Maul. Nein, das ist doch nicht schlimm. Scheiße. Das ist doch nicht schlimm. Wahrscheinlich war es sogar besser. Das hätte ich mir den Sterni nicht mehr leisten können. Oh mein Gott. Ich bin dran. Ja, neun. Oh. Oha. Super stark. Du bist eine kleine Maus. Du bist selber eine Maus. Okay, warte mal. Ey, ihr Flirtbären. Geflirte bitte in der Disco. Ja, machen wir. Die haben alle zu. Das hätte ich noch nie. Ich will nicht in die Disco. Nee, du. Achso, meine Kamera ist noch falsch. Okay, warte. Das verschiebe ich natürlich. Minispiel. Minispiel. Yes. Okay. Robo-Marathon. Was ist das? Was ist das? Kennt ihr das? Ach nee, das hasse ich. Gleichzeitig, oder wie? Timon hat richtig schnelle Finger. Wir können eh nicht gewinnen. Der Fingerkönig. Wie immer. Gleichzeitig oder abwechselnd? Okay. Ach so, um Gottes Willen. Gleichzeitig auf A und B. Gleichzeitig auf A und B. Ich glaube, jetzt ist es zu spät. Fokus jetzt. Fokus, okay? Alter, wie bist du so schnell, Alter? Boah, wie kann man so schnell sein? Das kann ich nicht. Falls die Wette jetzt noch nicht fertig abgeschlossen ist, machen wir dann das fürs nächste Minispiel und lassen es für hier nicht gelten. Was? So viel Wette wichtig gewesen gerade. Das war richtig anstrengend, ne? Das ist super illegal, ey. Nicht drunter fallen. Das hat sich so schnell angehört bei irgendjemandem. Na ja, das war der Simon, oder? Na, na. Ich habe ein paar Mal gestockt. Ich habe ein paar Mal richtig schlecht. Scheiße. Guck mal, was soll das? Oh Gott, Simon! Ja, scheiße, die Wette ist okay. Scheiße. Oh Mann! Die Wette, Wette. Gewinne, gewinne, gewinne. Aber jetzt direkt die nächste Wette machen, Leute. Direkt die nächste. Immer direkt nach dem Minispiel, sonst wird es zu knapp. Mann. Ihr müsst richtig hassen. Pain. Pain is temporary, but gaming is forever. Was hast du letztes Mal gesungen, Tim? Ähm. Sometimes all I think about is you. Warum würfel ich nur so viele Einsen? Sometimes in the middle of you. Okay. Ich bin ein Vacuum-Cleaner und ich will jetzt... Was? Du darfst das erhaltene Item sofort einsetzen. Was ist denn das Item nochmal? Guck mal, was du hast. Ähm, das ist die Pils. Der macht plus fünf Würfel. Ich will auch gar nicht so viel. Ich will eigentlich jetzt vielleicht nur eins. Nein! I never been with a baddie. Oh Mann, scheiße. I never been with a baddie. Oh! Du tust den Stern weg. Du tust den Stern weg. Nein! Es ist ein davor. Oh, geil. Let's go. Nu Ehre. Das ist genau... Alles hat nach Plan funktioniert. Let's go. Oh mein Gott, das ist so ein... Here we go. Oh. Ich kann immer noch sich wechseln. I never been with a baddie. Ja, bitte wechsel. Drück... Ich will... Ne Fünf oder... Oh, das könnte hinkommen, oder? Nein! Das ist euer Ernst! Das kann nicht sein! Das kann doch einfach nicht wahr sein. Was? Das kann doch nicht wahr sein, dass das... Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt es über mir. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also wirklich, das ist doch eine Frechheit. Geil! Aber ich kann nicht kaufen, hä? Komm, wir füllen eine Eins, wir füllen eine Eins. Komm, aufs Feld, Maluna. Ach komm, du. Oh Gott, Glückwunsch. Oh. Ihr Blut, Auge. Ich mache einfach folgendes. Ich gehe einfach schon davon aus. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Eine schlaue Idee. Aber der Yoshi, der da sehr viel Sonnenbrand hat, dem geht es gar nicht gut im Hintergrund. Oh ja, stimmt. Der ist so richtig rot. Der ist so richtig rot. Ei, ei, ei. Hautkrebs. Boah. Wofür braucht man eigentlich mal, 20 oder 10? 20, 20. Warst du mal mit einer Baddie, Tim Horus? Ja, I've never been with a Baddie. Add it to the telly. Add it to the telly. Warum antwortest du mir in der Frage? Warum weißt du schon wieder hier aus? Even if you're not ready for the day, it cannot always be nice. Yes, I do. Gumba-Zählung. Okay, da bin ich schlecht drin, Chad. Ich schätze einmal TikTok-Sons. Ja, okay. Also, let's go. Wir können starten. Also, zählen, bis wir nicht üben, oder? Noch nicht, noch nicht. Ich muss nur kurz was machen. Du musst nur kurz zählen. Also, was muss ich jetzt machen? Ich muss die Gumba-Zählen, die Gumba-Zählen. Und dann? Du, wie wenn du eine Runde zählst, weißt du, beim Rennen. Ja, und dann zähle ich? Lass doch laufen, lass doch laufen, noch nicht starten. Und dann zähle ich? Du, starte noch nicht, okay? Start noch nicht. Ach so, also so viel durchgehen, muss ich immer drücken, quasi. Ja, warte noch, warte noch. Guck mal, wie viele ich nur zähle. 90. Okay. Das heißt, ich drücke immer die, die ich sehe, ist ein Zähler. Okay. Genau. Okay. Da bin ich extrem schlecht drin. Ich bin schlecht in Mathe und schlecht in Zählen. Ich hatte einen Punkt im Mathe-Abi. Ich auch. Nee, ich hatte zwei. Zwei sogar? Drei schon. So. Fünf. Krass, 18 schon. Alter, die Schnauze. Scheiße, ich habe mich verzählt. Das war schwer. Oh mein Gott. Ich habe mich komplett verzählt. Ich auch. 41 ist richtig. Ja, ich glaube auch, oder? Oh nein, ich bin ja voll falsch. Nee, 42, oder? Noo, ich kann das. Noo. Maluna krank. Maluna wieder die Zähl- Oh, was ist das denn, Alter? Also zählen kann ich ja. Ich zähle jeden Abend. Zähle ich die Tage, bis das was. Ich zähle manchmal zu viel. Nein, ich habe Geld. Oh, ich habe Geld bekommen. Du hast doch alle durcheinandergebracht. Du hast irgendeine random Zahl gesagt. Ja, extra. Du bist ein gemeiner, weißt du das? Du bist ein gemeiner, Simon. Das war ein ganz lustigen Zug. Nein, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte dich verflucht. Hätte ich ihn so smashed, war das zerrissen. Ja, das war jetzt aber echt under pressure. Ja, der vacuum cleaner ist wieder am Start. Oh mein Gott. Under pressure. Wenn man einen Stern kauft, dann wechselt er auch die Seite, ne? Ja. Ja, oder? Das Rest im Hochs bekommt jetzt nichts. Oh nein, ich bin einfach falsch. Gnu ist reich. Das war ganz knapp, gell? Oh, komm her. Vacuum cleaner. Gnu ist actually cracked. The game, my girl is back. Oh, jetzt krieg ich sogar zehn Münze in den Arsch geschoben. Wofür denn? Oh geil, ey. Ich fühl mich wie ein richtiger YouTuber. Hurra. Du bist 18. Chad, ihr müsst eine Sache berechnen, wenn ihr auf ein Gewinnspiel bittet. Das musst du jetzt machen, Alter. Es gibt vier Teilnehmer und drei davon sind kranke Gamer. Ein Gamer Boy und zwei Gamer Girls. Gamer Girl. Und ja, und dann komm ich. Oh nein, der Stern wechselt gar nicht die Seite. Kann das sein? Wechseln ich? Oh, ich glaube nicht, ne? Ach, weil es ein einfaches Level ist. Das Oberteil habe ich von Naked. It's so easy. Oh, er wechselt nicht die Seite. Warum kann ich jetzt nicht kaufen? Ach so, deswegen dieser... Ach, ein bis zum... Geil. Ach, deswegen kann man die immer hin und her würfeln. Verstehe. Ja. Ich habe eine Erinnerung, das ist immer... Girl, gib mir den Stern. Danke, Noah. Fällstufe eins ab. Ich hätte auch gern einen Stern. Ja, bitte. Sie sieht immer so glücklich aus, wenn sie den Stern gibt. Ja. Richtig gruselig. Ja, wirklich. Ich gucke dich überhaupt nicht glücklich aus. Guck, jetzt wechselst du wieder, weil du auf die Eins gehst. Oh ja. Nein, oh nein. Du hast eine Chance. Oh, Legende. Oh, jetzt bin ich gerade hier hochgegangen. Okay, jetzt ist schon wieder... Die wird eh noch zehnmal gefressen. Simon, it's rigged. Ist schon wieder rigged für mich, ja? Ja, ich sehe schon. Woo. Oh. Oh. Wie überrascht die ist, als ob sie das nicht wusste. Ganz gefälschte mal hier. Da. Ne neun. Krank. Da gibt's auf die Neune. 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 Let's go. Oh Gott, mein Stimme. Voice crack. Oh mein Gott. Ich bin der Einzige ohne Stern. Warum? Warum ist das so? Sekunde. Was wäre diese Mario Party Map ohne ne Möse im Hintergrund? Ich wollte gerade ohne ne Möse im Hintergrund. Genug. Ich hab das gerade verstanden, bis der Schrei kam. Nur weil die letzten beiden Male plus 18 waren, muss das nicht immer so sein. Nein, nicht den Vacuumcleaner. Nein, der Vacuumcleaner wird gecleanet. Oh nein. Nein. Oh Gott, ihr werdet abgeschleckt. War's zu? Okay, mach weiter. Oha. Der hat mir alles abgeschleckt. Alles abgezogen. Oha. Oha, ich fühl mich so leer. Oh Gott. Oh, und noch ein Geschenkenstern. Zwei Sterne für Maluna und 26 Münzen. Nee, noch mehr. Aber 31 Münzen, krank. Und ein Stern, das ist krank. Maluna? Ja, danke. Oh, Untergame, Untergame. Ja, let's go. Gewinnerteam, let's go. Goombas in Farbe. Oh Gott, das ist irgendwas, was ich merken muss. Nee, wir müssen gegenseitig abschießen. Ja, ja, da fahren erinnere ich mich. Wir müssen einfach versuchen, alles blau zu machen. Achso, ja, wir machen alles pink. Ich hab das noch nie gesagt. Die beste Farbe, die beste Farbe. Einfach, du kannst rechts, links. Einfach schießen. Ja, ja, okay. Boah, sieht aber gerade aus, als wäre es eher pink. Also, das muss man hier auch mal sagen. Okay, dann let's go. The best color, the best color, the best color. Hey, Glu, wir sind wirklich Team Pink. Unsere beiden Karteren sind pink. Oh, stimmt. Let's go. Kannst du voll damit. So, als wäre die mal angebrannt. Ich paint it here. Tattoo Stream. Let's go, let's go. Komm, massive Farbe jetzt hier. Eiskalt jetzt. Oh, die Legs. Die Legs sind real. Die müssen ersticken. Die müssen ersticken an Farbe. Die Legs sind real. Ja, warum eigentlich? Keine Ahnung. Nintendo Network, bitte macht etwas. Boah, das ist wirklich real hier, ne? Ja, ja. Wir müssen schnell sein. Acht Sekunden. Jetzt nochmal ordentlich Power. Wir haben's, wir haben's. Wir haben's, wir haben's. Nein, wir haben's nicht. Doch, doch, oder? Oh. Nein, wir haben's nicht. Oh, schade. Ist nachher ne Legs. Ja, Legs. Let's fucking go. Wir können ja nächstes Mal probieren, so, dass jemand anders die Lobby startet. Oh, jetzt könnten wir euch noch ein bisschen abschießen. Das machen die, glaube ich, von selber, oder? Stimmt, hab ich auch gerade gemerkt. Oh, dann macht's gleich gar keinen Spaß mehr. Ja, Simon, wann willst du deinen ersten Stern abholen? Ich brauch keinen Stern. Das ist, Schlafsymbole sind unnötig. Simon macht das über die Bonussterne. Ich werfe nur Einsen. Ich werfe nur Einsen. Du bist halt ein ganz Gediegener. Du bist aber auch Unsinn Nummer Eins. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich kann mir eh nix leisten. Ich kann jetzt schon wieder nicht mehr. Ich kann jetzt schon wieder nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Vor allem, der Chat macht mich so fertig. Danke, Unge. Hab 7000 Punkte verloren. Ja, Leute, dann hört auf, mich zu wetten. Ich meinte da eure Schnauze. Komm mal, du kriegst es vorhin. Mir vielleicht nen Stern. Ehre, aber so weit muss ich erstmal kommen mit Einsen. Aui, maui, 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 maui. Ich suche nur. Okay. Pass auf, das wird ein richtig geiler Move jetzt. Puh, ja. Ja, 5. Oh, nein. Glückseitems. Glückseitems. Es gibt Items. Item, ja. Itemfeld. Einer. Bitte nicht Hammer. Okay, sehr gut, sehr gut. Ach, du musst dir es merken? Was willst du? Die Warp-Röhre. Warp. Also ganz oben rechts sind die Doppelwürfel. Ganz links vorne. Ganz oben rechts sind die Doppelwürfel. Ganz links vorne. Er nimmt den Pilz? Warum den Pilz? Ich hatte Bock. Ich hab dir ganz links vorne gesagt, da hättest du den Tauschwürfel gehabt. Ich hatte Bock, ich hatte Bock. Der hat auf der Karte viel ausgelöst. Der Warp-Würfel, aber der ist ja random. Ja, aber trotzdem. Besser. Besser. Einfach besser. Da hinten in der Hintergrund, ist das eine Honigmelone oder würdet ihr sagen, ist das eine Zuckermelone? Nee. Wo denn? Das hinter dir? Ah, ne Honigmelone. Ja, ich würd auch sagen, Honig. Ja, also das weiß ich ja nicht. Oh, schon wieder gedreht ist das unfassbar. Danke, Maluna. Maluna kann jetzt nochmal eine Runde drehen und hat dann den nächsten Stern schon wieder. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis dahin wieder den Stern... Ich geh, glaub ich, einfach weiter. Will ich damit sagen. Hurra. Problem. Oh, ist dieser für doppelte Münzen. Jetzt muss ich aber gewinnen hier. Jetzt muss ich aber alles geben. Eine Netzmelone. Zuckermelone. Willi-Blaster-Master. Das sind voll die guten Forno-Titel. Oh nein, die Scheiße schon wieder. Ah, I remember. Ich hasse es. Ich sag euch ganz ehrlich, ich schieße nur auf den, der mich zuerst abschießt und dann werde ich komplett zu töten. Willst du mal meinen Willi-Blaster-Master sehen? Sag mal, was ist denn los mit dir, Simon? Wer auf mich schießt, kriegt richtig Ärger von mir. Alle auf Simon. Nee, ich hätte den Willi... Ich sag dir mal den richtigen Willi-Blaster-Master. Oh Gott. Maluna, okay, du hast... Oh mein Gott. Hast du dich getroffen? Warum schießt du auf mich, dem Host? Ja, das war random. Das war random. Okay, ich hör auf dich zu schießen. Ich hör auf dich zu schießen. Aber... Ja, Maluna, ich hasse dich. Ich weiß, ich mich auch. Simon! Nee, du wolltest auf mich schießen. Ich weiß es doch. Nicht auf mich. Simon! Warum willst du mich aufrecken? Du willst du nicht auf dich die Spiele gewinnen, du Schwein. Nein, wir sind so schlecht. Maluna, du bist doch Valorant Main. Mach mal jetzt. Oh yeah. Ja! Oh oh, oh oh, oh oh. Nochmal in den Yoshi-S! Oh nein! Let's go! Oh, das war wichtig, wie doppelt Münzen. Doppelt. Ich hab auch gut abgeschritten. GG. Gut gemacht. Das geht schon wieder richtig gut los. Also, ich sag mal so, kein Stern, aber die Münzen, die sind saftig-knaftig. Ein Stern, der Simons Namen trägt. So, wenn ich jetzt eine Eins löffel, dann gehe ich aus dem Zimmer und dann kann ich mich... Ah, ne, warte, endlich. Na, endlich mal... Ach, schade. Weil der Sieben wird gerieben. Was? Der Sieben wird gerieben, ja. Hä? Was? Der Sieben wird gerieben. Ja, merkt euch das. Der Sieben wird gerieben. Die Hände werden gerieben. Ah, das ist lustig. Komisch. Ich wünsche mir einfach so einen TikTok-Musik-Stream. Oh, das war knapp. Ja, das war... An dem Bosa fällt. Ganz knapp. Oh, oh, oh. Oh, das ist in meinen Arsch gekommen. Oh, mein Gott, wenn das jetzt ein Stern ist. Nee, es sind Münzen. Aber viele. Ja, das ist mir vorhin weggeschleckt worden. Das ist mir vorhin weggeschleckt worden. Das kann ja wohl... Hey. Das Finanzamt hat nur zurückgezahlt. In den Rachen rein. In den Schlund. Oh, imagine ich hätte einen Doppelwürfel. Okay. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Das... Oh! Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Das macht... Das macht... Das macht... Das macht... Nein. Juhu. Gnu, was ist denn Smash Main? Eigentlich war es mega! Und Link. Also das Stern ist jetzt auf meiner Seite, ne? Ja. Ja, das ist auf der Seite. Hm. Hol ihn dir. Guck aber erst mal, ob du nicht auf ein Ereignisfeld jetzt kommst. Boah, ganz knapp. Nee, auf dem Itemfeld. Auf dem Itemfeld. Ah, okay. Äh, äh, äh. Ich hab halt damals Super Smash auf 64 halt voll gesuchtet. Boah, gesuchtet? Ja, richtig gesuchtet. Wie alt warst du da auf 64? Boah, da war ich... Äh, 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 äh... Zehn. Krank reingekleinert. Oh, du hast Baby Bowser! Ehre! Den kannst du jetzt mitnehmen und der trägt dich auf den Huckepack. Schade. Den kannst du jetzt mitnehmen und versklaven. Nein, nein, nein. So was macht man nicht. Einfach Arme. Leute versklaven, ne? Erdauer? Panenwirrwarr. Muss man da Brasilien erkunden? Brasilien! Oh, was ist das? Rot. Hä? Oh nein, ich hab die Links-Rechts-Schwäche. Oh nein, bitte nicht. Oh nee, das ist voll fies. Wir sind alle gestorben, ne? Ja. Okay. Hab ich drauf. Hä? Ich frag mich grad, was... Wir müssen immer die Fahne zocken. Oh, er täuscht an! Ja, ja. Er täuscht an! So eine Arschkrampe. So ein... Okay, okay. Gut, dass wir das nochmal getestet haben, weil er ist da antäuscht. Das wusste ich ja nicht. Oh, ein Penner, ey. So ein kleiner Räuden-Splasher. Hab ich grad auch links gerückt? Ja. Okay. Dieses Splasher, das kenn ich noch aus dem VBT. Wer war das nochmal? Scheiße. Na, ihr kleinen Splasher? Ah, das... Wer sagt das nochmal? Splasher sagt mir auch was. Ähm... Oh, man. Der Teezy, Teezy... Nee, nee. Wie heißt der? Pee... Nee. Oh, scheiße. Ich vertraue in mich. Ah! Tschüss, Timoros! Gno und ich haben Vertrauenswolle. Deswegen ist es gut, dass wir... Ja, ha, ha, ha. Ihr seid einfach traumatisiert von... Alter! Wie der auch antäuscht! Ja, man ist ein Arschloch. Wirklich. Gemein, ey. Ah, scheiße! Splasher! Scheiße! Scheiße! Ich hab gemein dahinten, einfach abgetrieben. Jo. Ah, das war jetzt Under Pressure. Under Pressure! Ja. Aber zweiter Platz. Immerhin. Gno ist einfach ne Maschine, wirklich. Das muss man einfach sagen. Ich hab das Spiel einfach als Kind zu sehr gesuchtet. Also Mario fahre 64. Der 64, der war... Einfach mein Leben. Spielbrett. Schauen wir mal kurz. Bam, bam. Ich hab's noch da wie viel. 1, 2, 3, 4... Super Mario. Wie, ja. Ich fand die Wii auch geil. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ja? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr nicht auf dem Ereignisfeld jetzt draufgehen? Doch. Bitte. Doch. Bitte. Doch. Bitte. Mal, wir gucken mal. Bitte. Bitte. Nicht auf dem Ereignisfeld draufgehen, bitte. Wie Sonu. Wie Sonu. Nein, ich hab mich verzählt. Nein, ich hab mich ver... Ich hatte den Wunschwürfel. Oh mein Gott. Okay, jetzt geht bitte auf dein eigenes Feld. Oh mein Gott. Ich könnt heulen. Oh, Simon, du konzentriertes Stück. Bist du keinen emotional Breakdown auf Twitch? Auch eigentlich keinen. Ich hab eigentlich. Obwohl, den könnte ich vielleicht nehmen. Es sah aus wie 5. Es sah aus wie 5. Warum bin ich so dumm? Ich hab... Du bist nicht dumm. Du bist Millionär. Das war mal nicht cool. Oh mein, emotional Damage. Ich finde den so eklig. Das war emotional Damage. Emotional Damage. Und wenn du mich trösten willst, dann bitte geh auf mein Ereignisfeld. Bitte. Ich geb mein Bestes, okay? Ja. Bitte. Bitte. Einen Stern. Du gründest mir doch auch einen Ereignisfeld. Komm, komm, mein Homeboy. Einen Stern. Ja, das torzummeer Ereignisfeld. Echtes? Guck mal, rechts oder links. Guck mal, rechts oder links auf der Ereignisfeld. Bitte. Da ist keins. Nein. Warte mal, warte mal. Wie sich die Karte aufschlägt. Ja, 6. 1. Ich bin doch immer so nett. Das ist kein Ereignisfeld oder doch? Simon, ich hab dich richtig an den Eiern, okay? Hast du? Ja, ich könnte auf eins gehen. Ja, bitte, Timo, bitte. Wenn du auf eins gehst, bitte, Timo, bitte. Okay, na? Oh. Ich klau dir keinen Stern und keine Münzen, egal was du in Positionen bekommst. Okay, super, ja. Bin ich dabei, nehm ich. Das ist ein guter Schachzug, okay? Nehm ich, nehm ich. Das ist eine strategische, strategische, wie nennt man das? Strategische Move. Ach, aber das ist immer toll, Rom, so höher. Ja, man kann immer entscheiden, wie teuer das wird. Also, Timoos hat jetzt extra 3 in Ruhe getrieben. Du kannst das immer hochsetzen und wenn es dann irgendwann 20 kostet, dann ist halt so. Und? Ich dachte gerade, okay. Oh mein Gott, aber jetzt müssen wir nur hoffen, dass Manula nicht auf ein Ereignisfeld kommt und alles umsonst. Aber ich will trotzdem auch, aber Timoos, auch wenn Manula auf ein Ereignisfeld kommt, ich bin trotzdem jetzt Ehre. Ich glaube, ich komme gar nicht ran an ein Ratschal. Ich hätte nichts wirklich Ehre. Das ist ein Ehrenmove. Du hast den Ehrenmove zuerst gemacht. Okay, komm, guck mal, ob du was gutes Würfeln kannst. Oh mein Gott. Manula. Echt? Kein Ereignisfeld, oder? Nein, nein, nein. Ich werde es niemals vergessen, Timoos. Also, ich finde, dafür, dass er dir das gegeben hat, solltest du ihn jetzt auch gewinnen lassen. Natürlich, mache ich doch immer. Oh nein, der wird jetzt mal eingequetscht. Ich hasse das. Hör auf, mich als erstes rauszuschießen. Nein, nein. Ihr müsst mir ganz viel Platz lassen, weil der Wissens wieder... Für die Ehre. Keine Sorge. Für die Ehre. Nein, nein, Simon, nein, 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 nein! Was? Du hast als letztes genug Platz geholt, jetzt, ja? Ja. Mach dich bereit. Oh, die sind leggerade. Oh, die sind echt einfach... Oh Mann. Afroll ins Gesicht. Ein Treffer. Schuss in den Ofen einfach. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Wer hat das jetzt vorhin gesagt, was du gemeint hast, Tim? Sometimes, I don't think I want to do this! Ich hab das Gefühl, heute sind mehr Legs als sonst, ne? Es war laggy, ich hab beim Schießen echt... Weißt du, was jetzt lustig ist? Wenn du jetzt eins würfeln, dann drehe ich den Stein weg! Oh, ne zwei! Oh Gott, dachte ich gerade, ey! Was meinest du gerade? Du hast vorhin irgendeine Anmott oder sowas genannt? Von wem war die noch mal? Mehr brauche ich nicht mehr! Als wir die Fähnchen hochgehoben haben! Scheiße! Hat er? Ich wünschte, ich komm noch drauf! So, mehr brauche ich nicht mehr! Da wollte ich eigentlich wissen, wer das war! So, ich setz mich jetzt zur Ruhe, okay? Damit kann ich zehn würfeln! Meinst du, nochmal dabei sein, nochmal frei sein? Meinst du das? Ne, was anderes! Ich glaub, du musst irgendwas tun, damit der Stern noch von dir sei! Alles wird alles dieses Mal? Kann ich? PCC CoolCamp Collected? Ne, auch nicht! Kann ich nochmal B drücken und dann die Karte öffnen oder ist dann alles vorbei? Chat, findet ihr heraus, was ich gesagt habe? Kann ich nochmal B drücken und dann die Karte öffnen? Ja, natürlich! Maluna? Ja, glaub mir einfach du! Ich hab's nicht gelogen! Darf ich nochmal B drücken und dann kann ich die Karte sehen? Ja, darfst du! Darfst du! Du kannst es nochmal machen! Dass du mir nicht glaubst! Ey, du! Ja, also komm! Du! Du musst eigentlich auf die Karte gucken, weil... Eins, zwei, drei! Du hast sieben bis zum Stern! Sieben! Das steht da unten angezeigt! Sieben bis zum Stern! Achso! Okay! Dann geh ich jetzt zurück! Und dann nehm ich jetzt das Item! Achso! Nu! Nu! Ja! Splasher! Splasher! Das mit dem Splasher, oder? Ihr Splasher! Ja, ja! Ihr Splasher! Das mit ihr Splasher! Wenn du ne sechs machst, verschiebst du den Stern! Das war was anderes! Das ist ne gute Idee! Noch was anderes? Oh mein Gott! Hör auf mich zu verunsichern! Per Steezy hat das immer gesagt mit dem... Genau! Per Steezy! Mit dem Splasher! Nee, das war irgendwas anderes! Mir fällt's bestimmt wieder ein! One day! Sterne halten! Oh, das kann ich abhauen! Das ist gut! Es ist mal alles so extrem energisch! Ja, Sterne halten! Ja! Oh, ein Waagwürfel! Krank! Was heißt das? Ich möchte jemanden Position tauschen! Oh! Aber zufällig! Achso, ist zufällig! Ewiger! Ich hab Bock auf Strand und... ... ... ... Der macht gute Geschäfte! Ja! Der sollte, keine Ahnung, auf dem Flohmarkt Sachen verkaufen! Bosa ist einfach ein Entrepreneur! Oh! Er hat's wieder gedreht! Jetzt ist der Stern wieder bei... ... bei... ... bei Maluna! Horus macht gerade für alle die Ehrenrunde! Ja! Er hat die erste Sterne gewicht geredet und hat sich bei Maluna gedreht! Wirklich! Ich halte den Rücken! Ich halte den Rücken! Ehre! 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 Ich tue's für euch! Für euch! Für die Gang! Jetzt muss ich nur noch drauf kommen! Come on! Come on! Daran darf's jetzt nicht scheitern! Los! Ja! Yeah! Yeah! Juhu! Was ist eigentlich die schwerste Map? Die Horror-Map, die wir letztes Mal gespielt haben! Echt? Ja! Ich glaube, wir sind wirklich schnell! Wir sind schon bei acht Runden! Ja, wenn wir schneller durch sind, dann kann doch Maluna doch noch Super Smash mit! Dann spielen wir noch eine halbe Stunde Smash oder so! Oh, oh Maluna! Oh, oh Maluna! Oh, oh Maluna! Oder hast du es dir noch nicht runtergeladen? Oh, ne! Auch Maluna hat das Spiel! Wir haben schon zweit gespielt! Doch, hat sie bestimmt! Aber Maluna hat Angst! Habt ihr schon mal gespielt? Ja, wir haben schon gespielt! Jaja, wir haben... Ah, okay! Tatsächlich! Ist das so anstrengend wie Mario Kart mit denen? Oder gehen? Super anstrengend! Das Ding ist, Simon ist halt cracked, aber wir haben letztes Mal den Fun-Modus gespielt und das war richtig cool! Weil das war dann ein bisschen balancierter tatsächlich! Okay! Ich habe mich gerade nicht gewehrt bei diesem Geister-Ding merke ich gerade! Oh, man! nice man hat einfach auch waffeln hat bewusst den geist auf mich gemacht da hat einfach von alleine den wir so nahe denke ich mir auch jeden tag und der himmel ist blau dass sie so immer springen der rest deines lebens liegt vor dir so schnell man will oder wie verstehe ich das so müssen dann schon noch hin lenken ja ja okay 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 oh gott ich glaube doch das wird motivation jetzt power modus lex einfach instant lex man ist los mit mir mein gehirn macht gar nicht gehören also wirklich ich habe selten ich habe mich selten so dumm gefühlt oh mein gott sammel oh nein oh nein oh nein ich bin runter gefallen scheiße aber du bist trotzdem erster wer ist erster wer ist erster ich glaube ich bin nicht letzter deswegen habe ich auch extra habe ich hinten gehalten ich wollte dass team gewinnt das war natürlich junge was war das ich war ich war so aus ich war so aus dem fokus raus ich war gar nicht konzentriert sound out sound out einfach komplett das war das war gar nichts das war wirklich das schlechteste minospiel abgeliefert aber jetzt machst du eine banger runde ok bei sieben wird geliebt das ist mein neuer lieblings ich bin schon auf ihrer schwur ist der fahrer schwer der weg weg sieben ah ja ich bin zufrieden mit der position jetzt aber geil wie der chat dann rentet immer verloren hatten sie auf eingesetzt haben so voll die schlechten nachrichten so meine bisschen schlecht nein nein zwei mal bowser begegnet jetzt jetzt den pilz nehmen sollen naja dass der bowser auf die peat steht das wissen wir alle der wollte sogar heiraten ja die haben wir so ein kind zusammen was ja blödsinn als ich schwanger war die hatte so ein fein soll denn das physikalisch möglich sein oh mein gott google mal nach bildern ich war damals so entschätzt dass ich damals gesehen habe was son goku mit bulma gemacht hat oder mit sailor moon sogar meine heile welt damals nicht gepasst meine mutter hat sehen ist ausgerastet als ich mich darum treibe was war so ein geheimtipp von einem kollegen aus der klasse der meinte brauche ich wollte es ein und damals habe ich nicht gewusst dass wir die urls löschen sollen meine mutter schaut sich an sagt jasmin und ich so mein gott habe ich habe gesagt haben habe ich habe gar nichts gemacht gar nichts gar nichts habe nur eine bier getrunken ich habe gesagt das ist nicht mein jahr maluna was heißt eigentlich schnippie auf deiner sprache kiri 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 ja wirklich das genau diese melodie habe ich damals im auto gesungen als ich irgendwie zehn war und meine eltern haben sich beide einfach schockiert umgedreht und waren so von wem hat sie das aber ist es heißt eigentlich nicht kiri aber es klingt so dass es in meiner eltern leuten bis heute nicht richtig erklären ich bin jetzt 22 also und was heißt alle gegen horus okay muss versucht die münze zu klären ich versuchte nur bei dir reinzuschieben die beiden gewonnen alle haben geworden alle haben gewonnen weil es ist es war ein geld mini spiel also alle sind die gewinner aber ich wollte euch einfach da rein schieben wie fandet ihr das das war ein guter move simon ehre ja ja du wusstest gar nicht was abgeht ich habe ja nur mal einen cent gemacht wenn überhaupt auf okay wo ist das denn gerade auf der rechten seite ne ja dann achso ach du meintest gar nicht den s du meintest was anderes vorhin oder jasmine äh genau möse ich weiß ich kenne nicht mal die wörter im deutschen also so ja 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 jetzt ich sag halt immer nur brosche weil brosche ist halt netter als ich sag immer palast auch palast ist schön bist du in einem palast bei mir ist eher die verlassene einsame höhle hallo spreche ich auch auf dem palast gerade oder genau ich muss so fledermäuse entgegen ja wir machen es schön teuer ich habe es schön teuer gemacht jetzt neiiiin simon ich musste meine münze noch irgendwie aus oh ha du hattest grad echo simon ja weil ich aus dem palast rede oh lord oh lord scheiße aber langsam mal besuch der palast du oh ein ereignisfeld oh make a big ereignis oh nein jetzt ist es wieder verdreht ja das ist dafür weil du mich vor weil du mich vorhin in die scheiße reingedruckt hast du sagst doch das hat dir gefallen nein das hat dir gefallen das liebt sie Mann Gnu dass du sagst das ist dir nicht gefallen das hat mir echt nicht gefallen das ging viel zu schnell ich war unvorbereitet du wolltest einmal auch wissen wie der Treibsand sich anfühlt nein doch 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 sehr ungut wollt ihr mal im Treibsand versinken jetzt im real life ne ne ich würde gerne mal so das Gefühl haben warum ja das dimon hat einfach mal bock zu sterben wie fühlt sich sterben an also um zu gucken ob du da wieder rauskommen würdest oder nö einfach ich will sterben im Treibsand oh Gott dann nimmt das aber nicht alle Sterne weg oder alle Sterne ja wirklich alle ok lehn dich zurück und genieß die Show er schlägt dich jetzt ab mal du musst noch drücken achso und mal Luna ja oh ja das ist ok alle ne nein einfach alle yes ja ja zwei Münzen nur zwei Münzen ist super gut achso weil der noch nicht bezahlt worden ist ne ja stimmt 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 ja und weiter gehts glücksfeld kommt doppelwürfen was ist denn ein duell achso ok warte mal ich muss mal auf die Karte gucken 9 bis zum Stern wo ist er denn aha ja das habe ich mir auch fast gedacht sag ich wie ist das und jetzt jetzt ein guter Würfel komm mal ha 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 oh no wow ey aber immerhin oh eigentlich für Steak die Block schade oh guck gehabt obwohl ich hätte gerne oben in den Treibsand reingehauen so Steinblock Schlag kennt ihr das ok das schon wieder online oh no ich habe das so gehasst beim letzten Mal ich war so schlecht fand es sehr anstrengend oh ja das ist das ist nicht so satisfaction ist vorbei Satisfaction guarantee du 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 zu Rolling Stones? Anybody? Nee, leider nicht. Was? Willst du drei drücken? Oh ja, sorry. Let's fucking go. Okay, jetzt rasieren wir alle jetzt, okay? Bestleistung. Wir reichen, es ist 100 Punkte. Mein Gehirn ist schon einfacher Asuka, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr! He's actually dead? Ja, ich bin wirklich actually dead. Oh mein Gott, I suck. You don't suck. Damn. Damn. Damn! Ich komme bitte. Ich komme dicke, fetten Punkte. Feine Schwitzer. Das ist voll schwer gerade. Not gonna lie. Oh, das war ein Double Kill. I did a Double Kill. Nein! Oh mein Gott. Let's go. Jetzt nochmal aufholen hier. Oh no. Nein! Keine gute Decision. Oh Scheiße. Kennt ihr das, wenn ihr nur schlechte Entscheidungen trefft? Ja. Oh Gott. Sprichst du gerade von meinem Geleb? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf das. Wie könnt ihr schon bei so vielen Punkten sein? Hä? Das geht doch gar nicht. Ich sehe niemand meine Punkte, aber... Du hast super viele. Du hast alle. Hä? Das geht gar nicht. Ich kann gar nicht so schlecht sein. I'm in denial. I can't deny. Let's go. Nein! Ganz knapp. Verdammt. Stop it! Oh! Mich lässt er. Mann! Unge! Stop it! Unge und die Zunge, Alter. Warum ist er eigentlich full mute die ganze Zeit? Weil er gar nicht selber spielt. Das gibt's auf den Schnauzen. Stimmt. Er ist die ganze Zeit voll mute. Wunder mich schon. Es ist so still geworden. Entschuldigung. Ich musste kurz wegen... Dings. Kanalbette reden. Wollt euch nicht reinreden. Schon wieder ne Ansage machen. Das ist so funny. Einfach 50% ist Simon Scheiß seine Mods. Ich lieb's. Oh! Halbzeit. Let's go. Jetzt ist Tim mute. Nee, ich muss nicht klicken. Donkey Kong muss klicken. Aluna? Okay. Ich Liege in Führung. Ich muss kurz um einmal Danke sagen. Jaja. Auf Persisch. Jetzt wollen alle in die Persisch kriegen. Was heißt Danke auf Persisch? Merci. Oder Tacheco. 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 Merci ist wie Französisch. Ja. Merci. Yoshi! Die AFK-Runde. Ja, es ist das AFK-Play. Oh, ich. Es wird gesagt, dass ich gewinne, oder? Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. Na, was? What? Für Yoshi ist ein Sieg garantiert. Simon! Oh! Ja, cool. Nehmt Simon halt gar nicht. Gar nicht halb. Dann werde ich jetzt die Goldröhre mir holen. Let's go! Oha! Let's go! Oha! Let's go! Wie random ist das denn? Wie random? Oh, scheiße. Das ist jetzt alles richtig teuer. Wow, wow. Wieso nur... So, was ist das Spielbrett hier? Wie sieht es denn aus hier beim Spielbrett? Sieht schlecht aus, Simon. Für alle. Ich bin beim Bowser-Feld. Ja, dann muss ich aber ganz dringend mal die Röhre hier einsetzen. Hey, lass das! Lass das! Let's go! Yeah! Ich hab keinen Bock auf den Pechwürfel. Let's go! Boah! Wehe! Ist das mies. Ich krieg einen Stern in meinen Arsch geschoben. Boah, aber wirklich mit einer Eins gerade noch so. Ich krieg einen Stern in meinen Arsch... Aber ich hab so viele Einsen gewürfelt. Ich hoffe, ich krieg den Schleich-Bonus-Ministern. Wenn man am wenigsten Felder gelaufen ist, da würde ich mich drauf freuen. Selbst mit dem Bonus-Würfel, den ich hatte, hab ich nur eine Fünfe gewürfelt. Die war zu wenig. Du bist ein kleiner Schleicher, du. Ja, ich hoffe, ich krieg die Blindschleiche. Oh, was hab ich hier denn? Ich glaub, das schaff ich eh nicht mehr. Das schaff ich, glaub, eh nimmer. Ich kann ja immer nur einen nehmen, gell? Ich kann jetzt nicht zwei Items nehmen. Leider nicht. Ich... Was schaffst du nicht mehr? Zum, äh... Natürlich würf ich jetzt zwei Zehnen. Ja. Ja, eine Zehn und ist noch eine Zehn. Das hat sich ja voll gelohnt, ey. Oh mein Gott, sehr gut. Eine Zehn, hab ich doch gesagt. Nur zwei hab ich gesagt. Ach, du hast eine. Schon nicht schlecht. Vor allem kannst du dir ein geiles Item kaufen jetzt. Ja. Schön so eine Goldröhre? Was? Eine Goldröhre? Ey, das wär high risk. Aber du hast da noch 20. Ja. Das ist ja eine kranke Nummer. Let's go. Das find ich doch ganz erotisierend. Erotisierend? Das nehm ich mit. Ganz kranke Nummer. Das ist ja richtig rammontisch. Nein! Weil ich mir danach den Scheiß Stern nicht leisten kann! Nooo! Arztrofe! Nein! Sie hat's wirklich verloren! Sie hat's wirklich verloren! Gar Arztrofe! Ja, aber sie gewinnt ja jetzt die Runde, dann hat sie gewünschen. Ja, oder? Ich warte halt noch ein. Ist ja wurscht. Kann ja jederzeit zum Stern. Ja. Alles über vier, komm. Aber eigentlich kaufst du dir ja dann einen Stern. Nooo! Wir sind in einem Team! Oh, wir sind in einem Team! Okay, Valuna, wir müssen jetzt jetzt schon mental noch vorbereiten, die anderen beiden zu zerstören. Okay. Genug. Wir sind beste Team. Wir haben erst auch gewonnen. Komm mal kurz. Okay. Ja! Ja! Wenn ich mit jemandem warpe, kann ich danach noch würfeln? Ja, ja. Kannst erst warpen und dann würfeln. Also, wenn du Team Host warpsst, dann wär's so krank. Don't warp me! Don't warp me! Don't warp me! Der ist ein Jackpot, weil der ist zwei Felder vom Stern entfernt. Wenn du Team Host warpsst, ist ein Jackpot. Ah, du hast mit Ruhe geworpt. Oh, ich bin auch sehr nah dran. Auch sehr nah dran, ja. Das war ein schlimmer Warp. Warp! Jetzt ne drei, oder? Let's go! Yeah! Let's go! Guter Warp! Guter Warp! Guter Warp! Ja! Vor allem hört man das immer schon so ein paar Sekunden vorher, wie die Person sich freut. Ja, weil es immer so, was würfelt sie? Oh nein! Jo! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Eigentlich muss ich ja Tim den Rücken halten, aber wenn er mit Ruhe im Team ist, dann kann ich da leider keinen Rücken nehmen. Was hast du denn schon wieder gegen mich? Wir machen das schon! Wir machen das! Maluna und Unge, keine Gefahr! Keine Gefahr! Okay, okay! Maluna ist die Kuchenfabrik! Schaffen wir die Kuchen richtig lecker zu machen? Ja, äh, ja, backen kann ich. Du musst die Erdbeeren nehmen und ich muss den Kuchen nehmen. Los! Und dann, ne, erst ich drauf und dann... Du musst immer die Erdbeere grabben. Genau, also der Kuchen immer zuerst und die Erdbeere obendrauf. Okay, okay. Ah, okay. Schaffst du's auch knapp? Ah, verstehe. Oh, ist dabei echt nicht so einfach, die zu grabben, ne? Ich kann das richtig gut, ich kann das richtig gut. Und du musst dann immer halten, also du musst dann auf A halten. Nein, weil du da nicht draufwerfen! Halt fest! Ich brauch einfach noch ein bisschen Übung, okay? Ja, okay, okay. Genau, und lässt du los, du musst dann loslassen und dann lass ich meinst los. Okay, wir machen das, okay? Ja, ja, ich mach das. Wir gewinnen jetzt. Okay, Maluna, denk dran, wenn du dich geschnappt hast, die Erdbeere. Und nicht direkt nochmal A drücken, sondern warte, bis der Kuchen da ist. Okay. Warte, Kuchen zuerst, zack. Sehr gut. Kuchen, warte. Warte, 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 Maluna. Kuchen, sehr gut. Superfokus. Ich hab den Kuchen, sehr gut. Ich hab den Kuchen. Warte, und... Ah, shit. Ich bin gleich auf. Warte, und jetzt. Sehr schön. Ich mach den Kuchen. Sehr gut, ganz wieder. Warte, warte, und jetzt. Sorry. Oh, es wird schneller. Ja. Oh, jetzt. Sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt. Und der nächste Kuchen liegt da. Nun, come on. Warte, kurz noch für die Erdbeere. Haben wir's? Oh, es ist unentschieden. Oh, es ist unentschieden. Oha. Oha. Yes. Es sind alle. Alle, alle sind die Gewinner. Ja, das ist aber jetzt ein Gewinn, das Minispiel. Das ist ja... Jeder hat gewonnen. Also, das ist eine Abstimmung. Das ist doch edel. War ja kein Münzen-Mini-Spiel. Wir sind alle... Es ist offiziell. Wir sind alle God Gamer. Da gibt's jetzt, äh, viele, die ab Gewinnen abgestimmt haben, kriegen jetzt Punkte. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Wir haben uns gerade geeinigt, dass die Münzen-Mini-Spiele keine Punkte mehr geben, weil man da nur gewinnen kann, aber bei dem Spiel war's ja super, dass wir jetzt alle gleiche Sand haben, ne? Also, dass wir... Oh, die Sieben würfe ich aber wirklich oft. Bei der Sieben... Sozialismus. Okay. Oh, Team Pink war wieder stark. War gut. War Luna? Sehr gut. Warum wir die Röhre noch nicht nutzen? Weil wir wollten ja irgendwo noch dafür sorgen, dass Tim Horus natürlich noch seine Münzen bekommt, weil wir sind ja Supporter. Ja. Hurra. Für die andere Seite wollten wir auch nicht leer ausgehen. Perfekt. So macht man das. Tim Horus-Support für Sieben-Lunge? Es ist ein Team Horus-Porter. Es ist ein Team Horus-Porter. Dankeschön. Ey, aber mal Luna, du hast diese Erdbeeren geschnappt wie... Ja, und du den Kuchen. Einfach einen nach dem anderen vorgelegt, weil ich zahle... Ach, so einen Kuchen. So einen saftigen. Lecker. Tue ich mit dem nur fünf würfeln, darf nochmal würfeln, oder sind es wirklich nur fünf mit dem? Garantierte fünf. Plus fünf sind es. Nein, nein, plus fünf. Der Pilz gibt dir immer plus fünf. Also, du würfelst und kriegst fünf drauf. Gehra. Wenn du jetzt fünf würfelst und du doppelt fünf hast, dann hast du eine Zehn. Oh je. Ey. Oh, das ist doch eine 14. 14? Actually crazy. Das schmeckt. Oh, sie hat nicht geschubst. Das hat geschmeckt. Oh, mal Luna... Ich meine, Gnu hat jetzt drei Sterne und noch eine Goldröhre. Das ist eine ganz schöne Ansage. Jetzt musst du nicht schon wieder mich hier irgendwie als Gegner hinstellen. Wir sind Freunde. Wir direkt immer den rauszumachen. Ja, ich sag ja nur, Gnu, du bist eine ganz schöne Gefahr, ne? Also, das ist schon... Ja. Nein. Vor allem, wenn du jetzt noch drei Münzen fehlen, dann kannst du direkt nicht den nächsten Stern holen. Das ist schon klar. Könnt ihr mir sagen, warum Maluna drei Sterne hat? Das ist ja gemein, oder? Maluna ist krank. Das ist ja gemein, oder? Richtig gemein, ey. Wie soll man da noch gewinnen, Maluna? Das ist ja... Irgendwie schafft es hier keiner weiter zu kommen, als das Erste. Muss ich jetzt a-drücken? Wenn entschieden heißt ich gewonnen. Beim Fußball genauso. Ja, aber hier sind wir beim Fußball. Das war erbärmlich. Und fertig. Aber es hat noch nie eine Person weiter geschafft. Ja! Echt? Muss man länger a-drücken vielleicht? Das kann sein. Wir wissen es nicht. Here we go. Das Land gewonnen. Genau. Hast du das jetzt gewählt? Nein, ich habe Zufall gemacht. Ja, da lachte. Da lachte. Ja, geil. Gib einen Stern. Auferhand. Okay, wir sind ganz schön... Es ist ganz schön knappes Ding, aber Juhu mit der Gold... Jetzt lass mich mit meiner goldenen Röhre in Ruhe. Gefährlich. Du musst die Röhre absprenge. Du musst die Röhre vergolden lassen. Du musst die Röhre vergolden lassen. Oh, ich wurde mir auch am Sporten, aber genug aber eigentlich nicht mehr gewinnen. Das ist eine ganz wilde Nummer. Das ist eine ganz wilde Nummer. Danke. Wieso? Wie viel Münzen sitzt du? Wie viel Münzen sitzt du? Wie viel Münzen sitzt du? Ich habe eine Idee. Mach keinen Scheiß, Mann. Mach, das ist so. Oh mein Gott, mach keinen Scheiß. Was war deine Idee? Zehn. Zehn. Ich wollte eigentlich so 15. Oh nein. Oh Mann. Mit 15 hätte ich mir immer noch einen Stern leisten können. Oh Gott, nein. Oh nein. Das ist ein Gumba-Gatter. Okay. Oh nein. Oh nein. Diese Scheiße. Das ist ja voll die zufällige Kacke. Das ist Glückssache. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Möge das Game mit dem besten Gamer sein jetzt. Ich hasse alles. Oh Gott, das ist so ein Rotz. Wo bin ich? Ich habe wenigstens einen goldenen. Wenigstens einen goldenen. Oh, ich habe verloren. Das war super gut. Nein, da ist kein Goldener drin. Ja, aber du hast so viel. Ich habe ein gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Das sind nur vier drin bei mir. Das war's. Das entscheidet sich zwischen Simon und mir, glaube ich. Oh Mann. Nee, zwischen dir und Maluna entscheide ich das. Meinst du? Man ist Dank. Aber du hast gewonnen. Timmos hat gewonnen. Oh Mann. Und du kriegst jetzt alles? Ja. Timmos kriegt alles. Der ist eine Maschine. Eine Maschine. I'm actually a God-Gamer. Oh, nee, es wird aufgeteilt. Manu, ich kriege gar nichts. Hahaha. Ah. Egal. Es sind ja noch ein paar Runden. Das war belohend. Das Wolfsfeld verschwindet jetzt. Jaja, das passiert auch nicht immer. Aha. Okay. Okay. Viel Glück. Oh nein. Seitenwechsel, aber ist doch eigentlich ganz gut für dich, weil da in die Richtung gehst du doch. Wie schnell das jetzt geht auf einmal? Ja, ich spiel vor. Ja, ich spiel vor. Nein, ich spiel nicht vor. Der Spule, der da dran ist, kann nur vorspielen. Maluna spiel vor. Okay, weiter geht's. Maluna denkt sich, gotta go fast. Druckerpresse, Druckerpresse. Chaos, kabuff. So heißt mein Office auch hier. Buff? Chaos und Puff? Was? Ach nein. Steck dir Ablage, Otto. Nein. Ich kann mir heute nichts mehr merken. Oh nein. Dann sagst du immer, die ist so eine Streberin. Nein. Dann hat sie eine Eins in der Prüfung. Haha. Jetzt? Dann musst du alles wieder so einsortieren. Muss alles wieder so einsortieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Das wird lustig. Das wird ein lustiges. Okay. Nein. Mal ganz kurz, mal kurz gucken. Aha, mal leg das so hier. Ich hab keine Ahnung. Aber was nicht, mal keiner voll abglotzen. Genau, man kann bei anderen einfach abgucken, ja. Kann jemand mal kurz 45 Sekunden Stream Delay einstellen? Hahaha. Du siehst es doch auch auf dem Bildschirm so, oder? Oh nein. Ich hab keine Ahnung. Ich muss noch kurz warten. Kann man das nicht mehr? Ich muss noch ganz kurz eine Sekunde warten. Mein Gehirn muss noch kurz klarkommen. Gehirn. Im Prinzip kannst du es dir abfotografieren und dann einfach schauen. Ja, genau. Ey, wer das macht ehrenlos. Ey, das macht ehrenlos. Wirklich. Wer das macht ehrenlos. Wirklich. Chat aus. Chat aus. Macht wirklich. Ich mach das Spiel auf Ernst, okay? Ja, natürlich. Ja, ja. Aber genug schon wieder mit ihren unfaireren Taktiken. Du hast ein Screen gemacht. Habe ich nicht. Wer sitzt im Wald und schummelt? Gnu. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig. Nicht Mowgli. Okay. Mhm. Mhm. Ich hab... Mhm. Mhm. Es ist so dumm, wenn es leckt. Ja, es ist so scheiße, wenn es leckt. Mhm. Mhm. Oh, das macht es halt echt übel schwer, ne? Ich kann Sachen nicht einsortieren. Ja. Ich raste aus. Oh, scheiße. Nein, ich kann es halt nicht ein, weil es so rumleckt. Das ist so unfair. Ich hab's mir doch gemerkt. Ja. Ich hab's komplett recht gehabt. Ja, scheiße. Ich hatte nur noch die Banane gefehlt. Ja, scheiße. Das war jetzt echt Fail. Nein. Schade. Aber? Ich war nicht gut. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Fail. Na gut. Ich sag's mal so. Dies ist fein. Let's go. Fail. Hä? Manu hat gewonnen? Hä? War ich nicht Erster? Nein. Ich glaub, im Scoreboard bin ich nur Erster. Das war, glaub ich. Ach so. Aber ich hab gewonnen, oder? Ja. Okay. Du bist einfach schlau. Du bist einfach schlau. Ich hab mir auch alles gemerkt extra. Von deinem Screenshot. Von deinem Screenshot hab ich extra alles gemerkt. Was ist das beste Mario Party Game? Das sag ich dir nicht. Das sag ich dir nicht. Das sag ich dir nicht. The best game in the game. It's in the game. Du versuchst mir jetzt nachzumachen. Ja, ich probier dich jetzt. Here we go. Das möchte ich nicht, Glu. Ewiger. Ich möchte das nicht, Glu. Ich möchte das nicht. Bitte unterlassen Sie das. Halt, stopp. Sonst gibt's eine Unterlassungsklasse. Oh Gott. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich möchte das nicht. Halt, stopp. Tobanga, nö. Tobanga, nö. Was? Boah, kenn ich denn das Tobanga? Das war der Patrick. Patrick, Patrick. Warum ist er nicht nach rechts gegangen? Tja, Chat. Das ist meine Entscheidung. Nein, dein Chat darf entscheiden. Was? Wie teuer ist das denn? Teuer? Aber ist das ein Investment, was sich lohnt? Mach mal jetzt rein. Du investierst in deine Zukunft. Das ist die Sache. Maluna, manche einfach machen. Was ist denn da drüben? Der Stern. Das war eine schlechte Idee, weil ich komme jetzt auf ein Ereignisfeld. Der deine Naht mit dir hoch am Himmel stehe. Oh mein Gott. Den schenk ich dir. Ich gamble. Bitte nicht gambeln. Schaukel. Jockel. Ach, das ist das mit den Pferden. Da habe ich letztens reingeschissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach so. Das, ja. Okay. Oh, das war so scheiße letztes Mal. Da musst du immer links, rechts, links, rechts drücken. Jetzt werde ich es. Jetzt werde ich es schaffen. Let's go. Ah, das ist superschwer. Okay. Mein hängt einfach. Ah. Du musst immer einen Abwechsel so smooth, so links, rechts, links, rechts. Ja, aber ich gehe nicht. Gedrückt lassen. Also so einen Wechsel. Zack, zack, zack. Und dann lässt du immer auf den einen drauf. Ich schwöre, es geht nicht. Oh, da hängt deine Taste. Ich schwöre. Wirklich? Mir geht es jetzt auch nicht mehr. Ah, genau. Du musst schneller machen. Du musst schneller links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ah, siehst du. Ja, siehst du. Und dann, wenn du einmal wippst, dann geht's ab. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, let's go. Deine Ausdauer im... Ja, ja. Richtig, wichtig, wichtig. Richtig. Und... Richtig. 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 Okay. Start. Möge ich gewinnen. Ah, komm, bitte, bitte. Bitte. Oh, mein Pferd ist verausgabt. Pferd, du musst mal jetzt hasseln hier. Mach mal, bitte. Also mal mit deiner kleinen Bubi-Fresse. Oh, kleiner Drecksack. Komm, bitte, bitte, bitte. Nein, verdammt, das gibt's doch nicht. Oh. Bitte. Nein. Ja. 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 Vollgas. Warum bin ich so langsam? Oh, scheiße. Oh, ich kann richtig jetzt. Das ist mein Geschenk. Die Chance. Äh. Was? Hä? Das war doch orange. Ah, ganz knapp. Das war orange. Oh. Oh. Knur, obwohl du deine Goldmöhre hattest, Knur. Oh. Scheiße. Ich hab meine Fisch wieder runtergebrochen. Oh. Junge. Obwohl du deine Goldmöhre hattest. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Let's go. Boah, Knur hatte ihre Goldmöhre und ich hatte so Angst, dass die noch aufholt. Aber ich hab einfach dem Pferd die Sporen gegeben. Let's go. Gut gemacht, Gru, gut gemacht. Hahaha. Alles gut. Ich bin noch da. Aber weil ich war meine Zufrunde. Ich wollte nicht mehr. Boi. Hm? 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 So ein Ding. So ein Ding. Okay. Genau so ein Ding. Zwei Runde übrig. Jetzt noch mal kämpfen, okay? Beißen, beißen, beißen. Brrrr. Die Goldmöhre für letzte Runde, die muss natürlich geholt werden. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Und richtig. Gibt's aber nur hier, oder? Wer nur gedreht, ist es wirklich schon so spät? Und wir sagen, ja, ihr Leute, mit dem... Ist Schluss für heute. Alter, so viele Items. Euer sometimes all I think about you. 9? 9 ist richtig stark. Der Stern ist rechts. Aber links ist das Bowser-Feld. Chades, verpasst. Chades hat genug Geld, okay. Ich wollte gerade sagen, sie hat kein Geld. Sie hat kein Geld. Das dachte ich gerade. Was mich in Ruhe hört, auf mich die ganze Zeit zu beobachten. Haha, wir kommen genau hin. Also die Sache ist, wenn jetzt irgendjemand schafft, nur Geld zu klauen, Pals, ne? Das ist ja klar. Wir können die nächste Runde die Röhre nicht mehr leisten. Also, ich sage gerne, Luna... Ich würde sagen, wir nehmen mal den Unge endlich mal seine 70 Froschen weg. Äh? Äh, 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 äh. Donkey Kong ist am Zug. Okay, mal Luna, Fokus jetzt, okay? Yes. Ohne ziehen. Was ist das? Okay, also, mal Luna und Gnu haben safe vier Sterne. Tim Horst, wir sind ein bisschen hinten, aber ich habe meinen dritten Froschen auch noch. Ja. 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 Haha. Yeah. All good. Mini Spiel. Alle gegen alle. Okay, ich will jetzt aber richtig Druck sehen hier, ne? Druckerpresse? Himmelsstürmer. Oh nein, was ist das? Ah, hochspringen wieder. Ja, was ist das? Wie? Das war I. Ah, aber diesmal nicht nur... Oh, lecker. Oh. Also, mit den Lecks kannst du es vergessen. Also, das... Äh, was? Warte mal, was? Das sieht gar nicht gut aus. Warum leckt es denn eigentlich so kacke rum? Ich weiß es nicht. Ich muss da drauf springen, oder wie? Weil irgendeiner von euch, weil irgendeiner von euch keinen, äh, LAN-Adapter hat. Oder vielleicht ihr beide? Dann muss man drauf springen, oh Gott, wie ist denn das? Maluna, du hast doch den LAN-Adapter, oder? Nee. Oder... Aber ich hatte noch... Also... Maluna, wann hast du Geburtstag? 20. Mai. Ach, scheiße. So lange können wir nicht warten mit dem LAN-Adapter. Ich kaufe einfach einen nach dem Stream. Okay. Über Gorillas bestellen. Hahaha. Ja. Komm gleich. In Spannung gibt es sowas nicht. Echt? Echt nicht? Nee. Gorilla ist eigentlich geil. Oh. Oh, ich bin nicht gut. Wirklich. Ja, es ist auch beim Leck. Ja. Und das ist schwer, hier gut zu sein. Ja. Lass mich hoch. 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 M dollar lang. Raphael ist bei 80! Oh nein! Ich bin bei 8 Metern. Ahhhh! Puh! Die Maschinen waren da. Na, bei 8 Metern. Ich bin auch am Boden einfach. Bleib am Boden. Und man wird dich loben. Genau. Aus welchem Unterbezirk aus Spandau bist du? Also wenn du willst, kann ich auch gleich meine Adresse vielleicht noch rausgehen. Ja, ich will auch noch gerne seine Kreditkartennummer, wenn es okay ist. Spandau sagt immer jeder das. Ah, ich wohne in Spandau. Ja. Ah. Scheiße. Also Unterbezirk ist, glaube ich, ein bisschen zu detailliert. Papa. Papa. Oh mein Gott. Simon, warum? Na verdient, hast du auch verdient eigentlich. Sechs. Du kleine Hex. Was? Die kleinen. Okay, drei Sterne, das ist eine Sache. Damit kann ich mich zufrieden geben. Aber die Bonussterne müssen jetzt reinkicken. Scheiße. Ich brauche den Schleichbonussterne, ich brauche den... Kriege ich das hier auch noch hin? Oh nein. Oh, einen Stern-Clown für 50 Münzen? Oh nein. Ohne den Sieg. Also die Sache ist, pass auf. Ja, also Gnu, du weißt, ne? Hey, warum denn ich? Ich bin so arm, ich habe nicht mal Geld. Gnu, du holst jetzt eh die letzte Stelle, aber ich muss... Na und, warum denn was? Der Ebenen-Kodex bleibt erhalten. Gnu, warum? Oh mein Gott. Das ist jetzt einfach so was Persönliches. Das ist nicht Persönliches, Gnu, aber es ist strategisch auch wichtig. Nee, es ist gar nicht. Doch, doch. Erstmal Maluna kommt noch nach mir auf das Geisterfeld und da muss man sich auch an die Fronten nicht verhärten. Wichtig. Und saftiges Gnu hat eine sichere... Ich heiße nicht mehr saftiges Gnu. Steht aber da oben, saftiges Gnu. Gnu. Ich will nicht mehr. Ich hasse einfach alle, die Birdo spielen. Ich glaube, das hat er nur gemacht, weil ich einmal ihn quasi erster werden lasse. Egal, du kannst ihn dann nachher wieder zurückklauen. Das auch. Den kannst du vielleicht noch, oder? Gibt es eine Möglichkeit? Ja, natürlich. In der letzten Runde gibt es noch eine Möglichkeit, auf das Feld raufzukommen und das zurückzuklauen, was 50 Münzen kostet. Natürlich. Natürlich. Okay, du brauchst alles größer als Null. Schaffst du. So. Ja. Oh, oh. Ja. Nochmal gefährlich hier. Gefährlich, gefährlich. Ganz gefährlich, was jetzt passiert hier. Ganz gefährlich. Gnu wird mir Münzen klauen. Oje, das ist aber schlimm. Die 17 Münzen, die brauch ich ganz früh. Du kriegst jeden Tag Essen geliefert. Brauchst nur eben EC-Pin mitgeben. Wow. Alter, was? Oh, das ist sogar gratis. Oha. Das ist gratis. Ja, das muss ich dir leider wegrippen. Mach das. Mach das. Klau Simon. Aber Tim hat mehr. Da gibt es dann mehr Chance auf mehr, oder? Der macht immer random, oder? Nee. Klaut der nicht immer random? Ja. Ja. Nee. Sicher. Noch nicht. Wer? Klaut der nicht immer random? Wer? Weißt du das? Nee, das weiß ich. Äh, random klaut der nur, wenn du das zufällig machst. Nur wer? Aber kann das sein, wenn ich jetzt Tim beklaue, dass ich 70 kriege? Ja. Oder sind es immer nur so 15? Nein. Nee, man kann auch viel bekommen. Man kann sich doch auch wehren. Man kann sich doch auch wehren. Ja, aber ich wehre mich sehr stark. Du weißt, wie ich... Nee, ich klicken kann, du. Achso, man kann sich wehren? Nein. Man kann sich wehren. Dann bist du jetzt ein Ehrenmensch und wehrst dich mal nicht und gibst mir deine 17 Groschen dafür, dass du mich so abgefangen hast. Nö, 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 nö. Ich wehre mich richtig hart. Ach. So, schön. Danke. So, kann ich auch dagegen kommen? Schleck ihn ab. So, zeig ihm mal, wie gut du schlecken kannst. Schleck, schleck, schleck. Oh mein Gott. Na, da ging doch schon ein bisschen was. Das war doch nicht schlecht. Damit kann ich leben. Davon kaufe ich mir einen Döner. Mach das. Let's go. 16 Münzen, ein Döner. Ist ganz schön gut, oder? Oh, ein Wurzfeld. Wo ist das? Simon, bitte. Nein. Oh oh. Kann ich bitte meine... Es geht um Münzen ziemlich gut, weil ich habe nur noch 8. Jawoll. Ach man, gibt es keine Dinge mehr. Ja. Ja, mach mal 20, dann krieg ich... Oh, wie kann ich nicht mal zahlen? Du, das wärst du mitgeklaut. Das muss ich weniger zahlen. Das muss ich weniger zahlen. Ehre. Ach du Scheiße. 82 Münzen. Ja, das hört sich gut an. Katastrophe. Oh, bitte nicht noch mal Himmelsstürmer. Wildes. Raus aus dem Haus. Du kleine Maus. Was ist das? Das ist ein Glückspiel. Das ist ein Glückspiel. Man muss einfach in die Türen reingehen. Und dann? Und dann muss immer eine Tage tiefer kommen, wenn du die richtige Tür hast. Aber das sehen ja alle, oder? Ja, das heißt, die Leute können ja auch nachlaufen. Okay? Okay. Let's go. Okay. Aber wenn ich aus einer rauskomme, dann... Wenn ich mit A in die Türen reingehe? Einfach nur laufen. Ja, ja. Alles drücken. Nee, du läufst doch einfach nur rein. Nee, sag mal. Achso, hochdrücken. Einfach nur reinlaufen. Einfach nur reinlaufen, ja. Ja, hochdrücken oder was? Achso. Uh. Was, wenn wir mit Darts wieder reingehen? Ich smurf einfach. Schade. Oh, fuck. Oh, hi. Hä? Hä? Was ist denn die richtige? Nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist doch diese. Was? Oh, nein. Maluna hat sich doch mal die Münzen gesichert. Oh, du Münzen-Dieben, du. Kriegt wir auch was? Oder nur sie? Wir sind trash. Nur Maluna kriegt was. Nee, das wird doch aufgeteilt so ein bisschen. Was wird ein bisschen aufgeteilt? 16. Aber Gnu hat jetzt weniger als ich. Sieben und fünf. Wow. Holy moly. In Ordnung. Das mag ich nicht. Das musste nochmal sein. Here we go. Here we go. Here we go. Elf. Das schaff ich ja nie. No. War es ein Münzen-Spiel oder war es ein normales Spiel? Oh, das ist echt bitter. Oh, das ist wirklich bitter. Das ist mit der Einfeld davon. When you tried your best. Das Münzen-Spiel war es jetzt nicht, haben wir gesagt. Ein Orts-Oxie. Schade. Naja, das war es wohl. Kommt noch ein letztes Spiel-Spiel? Müsst ihr mal zurückspulen und gucken, dann können wir sagen. Ein letztes Münzen-Spiel kommt bestimmt noch. Also das Ding ist, ich bin so oder so Erster. Warum drauf anlegen? Weißt du, wie ich mein? Warte, nimm Simon weg. Ich schenk dir meinen Stern, den hat aber gerade der Simon. Oh. Oh. Na, das kann ich nicht, Mann. Ach komm. Das ist ein Herzensgeschenk. Manuna, du weißt, ich hab dir deinen Stern nicht geklaut. Ich hatte die Wahl. Ich war auch immer nett zu dir. Pass mal auf. Oh nein. Ich würde sagen, der vierte Platz ist somit gesichert. Ich würde die Gänse in die Schnauze rammen jetzt hier. What the fuck, Alter. Ich muss mal richtig verprügelt werden. Was? Schau, du. Und deswegen hab ich nicht Maluna beklaut. Was aufpassen, wo man im Leben läuft. Oh Gott. Bastard. Warum? Okay. Finales Minispiel. Let's go. Oh, alle gegen Maluna zum Ende. Maluna will das Ganze hier mit einem Knall aufhören. Und er hört einen. Rugby. Oh. Der lehnt dich nie wieder ein. Ja. Wunder, dass ich die gewinne, wenn alle gegen mich sind. Hä? Genau, erklärt mal. Wir laufen mit dem Ball. Wir müssen sie rammen. Achso, wir müssen sie aufhalten. Wir müssen sie aufhalten. Das Gesicht rammen. Okay. Wir müssen sie aufhalten. Auf sie drauf und dann sprinten und immer wieder. Oh mein Gott, das kommt ausgedribbelt. Oh, lol. Okay, das wär krass. Wenn die das so hinkriegt, das wär krass. Ja, dann. Alter, das tut so weh Maluna. Alter, das war the biggest trail. Das ist unser finales Spiel. Jetzt ist die Frage. Wird Maluna hier eine ganz kranke Nummer abliefern und es nochmal zum Ende hin hops nehmen? Oder? Oh, oh. Nein! Es kommt jetzt hops. Ja. Okay. Los. Kein Problem. Okay, aber es ist auch gut, dass ich verloren habe. Bei mir waren die Leute nicht einig, ob das letzte Spiel zählte. Und deswegen habe ich beide verloren. Das ist fair. Das heißt auf jeden Fall Niederlage. Beide. Ach, das war's. Es muss nur einmal durchgehen. Oh, wir müssen doch die Bonis durchgehen. Ey, Tim-Horus will auch quillst du noch Mario Party verlieren. Tim-Horus, ja. Oh. Oh, 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 oh. Der geklaut der Stern. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wenn wir uns auf jeden Fall kennenlernen, den bekommt Tim-Horus. Ja, dann hast du deinen Stern wieder zurück, weißt du, wie ich meine. Ja, also toll. Muy toll. Aber das heißt, Maluna hat gewonnen, oder? Mein erstes Mann! Du bist doch ne Sau! Das ist so brutal, dass die uns alle wegfressen. Ja. Es ist eh klar. Maluna! Screenshot! Stark. Wenn you tried your best... Noch ein schöner Abend, wirklich. Ich liebe euch alle. Ich mach richtig scheiße, Maluna, am Ende von dir. Das hat mir richtig das Herz gebrochen. Das ist gut, ich freu mich. Das ist gut, dass Tim sein Herz gebrochen ist. Drück mal durch, dann können wir uns die Statistik angucken. Bin ich Zweite? Das war the biggest betrayal in history. Ja, siehst du? Das war so eine richtige Anime-Betrayal. Danksagung, please. Also ich möchte mich gerne bei Tim Horos bedanken, bei meiner Mutter. Alles klar, danke. Also ich muss mal ganz kurz hier gucken. Also, die meisten Sterne, Gnu und Maluna. Oh, der hat fünf! Hätte Maluna gewonnen. Maluna hat die meisten Münzen im Spiel gewonnen. Die meisten Items... Nee, warte. Die meisten Minispiele hätte ich gewonnen. Die meisten gefundenen Geheimblöcke hätte auch Maluna gewonnen. Also Maluna hat jetzt schon von den ersten vier Feldern... Drei... Hätte die schon Bonus-Sterne bekommen. Die meisten kauften Items hätte ich mit Gnu gleich. Einsatz von Items hätte Gnu gewonnen. Am meisten Items eingesetzt. Mhm. Die meisten Schritte hat auch Gnu gewonnen. Die meisten blauen Felder, ich. Die meisten roten Felder, alle außer Maluna. Maluna war nie auf dem roten Feld. Sie ist einfach von Glück gesegnet. Ja, heute war's. Die meisten Itemsfelder... Gnu und Maluna hätten dann beide noch einen Bonus-Sterne bekommen. Die meisten random Felder, Tim Horos. Gnu und Maluna. Die meisten Luxfelder, Maluna. Das spiegelt sich mit den roten Feldern wieder perfekt. Das Bosa-Felder hatten wir ja bei Tim Horos. Diversesfelder, Tim Horos und Gnu. Und die meisten Sticker eingesetzt hat Tim Horos. Sehr gut. Tim Horos! Yeah! Ich kann Sticker-Span! Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass doch gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Und jetzt raus! Bis zum nächsten Mal.